Hallo und grüß Gott, mein Name ist Katrin Röthig von Remax Immobilien im Herzogpark. Ich freue mich, heute darf ich Ihnen ein echtes Traumhaus präsentieren. Sie suchen eine geeignete Immobilie für sich und ihre Familie? Dann haben wir was für Sie. Ja, grüß Gott, mein Name ist Thomas Röthig von Remax Immobilien im Herzogpark. Dieses Traumhaus ist gelegen im Passing am Stadtpark in der besten Villenlage. Dieses Haus ist perfekt, Sie können sofort einziehen für sich und ihre Familie. Sie haben vier Schlafzimmer, Sie haben eine wunderschöne Dachterrasse, Sie haben ein Studio, Sie haben Wohnraum mit offener Küche, alles was Sie zum Leben brauchen und zum Wohlfühlen. Und die Architektur auch im Feinsten. Besuchen Sie uns auf einen kleinen Rundgang, wir zeigen Ihnen diese Immobilie kurz. Das war, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir hoffen, dass Ihnen dieser kleine Rundgang gefallen hat. Diese Immobilie können Sie im Bieterverfahren erwerben. Der Termin zur Besichtigung ist der 23.10., Sonntag, der 23.10., 15 Uhr. Das Bieterverfahren erklären wir gern, wie es abläuft und geben Ihnen weitere Erläuterungen. Schreien Sie uns an, wir freuen uns. Vielen Dank. Das Bieter Das Bieter